Halli, hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zu Chubball zusammen mit Zombie Hallo! Und Wittercracker nach... Hallo! Lange Zeit, Zombie, warum ziehst du dich aus? Weil die Weihnachtsfehlung unpassend ist. Ja. Okay, wir spielen die Map von Brezel mit Pudding. Hm, lecker, Maudado rettet Schneckchen. Hey du, ja genau du, das Schneckchen wurde vom Emerald-Drachen gefressen. Du musst es retten! Maudado, wenn du das lesen solltest, wir hassen deine Lache. Oh. Oh. Los! Und springen wie ein junger Gott. Herzlich Willkommen zu Chubball. In Chubball beantworten wir immer Zuschauerfragen, springen währenddessen, versagen manchmal, wie zum Beispiel diesen Sprung. Und das letzte Mal haben wir glaube ich echt... Haben wir vor Neujahr gespielt oder danach irgendwann? Wir haben auch schon mal gespielt. Ich glaube in diesem Jahr haben wir noch nicht gespielt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, bevor wir... Haben wir irgendwas zu erzählen über die Zeit? Habt ihr irgendwas geduddelt? Über was ihr erzählen wollt? Ich hab vor allen Dingen Teddy bei Maudado geguckt. Alter, hast du schön gespielt, Sam, ey. Danke. Du hast nur gefragt, ob ich was zu erzählen habe. Okay. Ja, ich hab in der Zwischen... Du hast doch Monster Hunter gespielt. Nein, gar nichts. Wo geht's hier rein? Videospiele existieren nicht. Müssen wir da runter? Ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir aber auch ins Haus und wenn wir runterspringen, dann verpassen wir was. Ne, ich bring mich um. Wo willst du hin? Da ist ein Schwein. Warte, ich will in dieses Haus reingucken. Äh. Edgar. Okay. Man konnte irgendwie ins Haus. Oh, ich weiß nicht wie. Äh, ich hab noch, ähm, Gravity Rush 1 und 2 gespielt. Das hat mir ganz gut gefallen. Hat mir sehr viel Spaß... Also, ich muss sagen, Story und Charaktere war... Oh mein Gott, ich hab mich nicht resetten sollen. Leute warten kurz. Da war ich auch gerade. Ich bin einfach komplett am Anfang. Jaja, genau. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Story-technisch und auch das Grund-Gameplay. Nur das Kämpfen war ein bisschen ätzend, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wolltest du irgendwas zu den Charakteren sagen? Ja, Story-Charaktere hat mir alles gut gefallen. War alles sehr herzig. Aber das Kämpfen war ein bisschen ätzend. Aber das war im zweiten Teil dann besser. Da wird mir story-technisch der erste besser gefallen. Oh. Okay. Wintercracker? Ne, du konntest nicht. Du hast ja deinen Finger verloren. Ich hab nur... Ich hab nur Monster Hunter ein bisschen gespielt. Also, bis vor den letzten Drachen ältesten irgendwie. Und dann hab ich nicht weiter gemacht. Ah, Monster Hunter da hab ich auch durch. Aber ich hab nicht so viel gespielt wie Zombie. Zombie ist irgendwie eskaliert. Zusammen mit Miss Jessie. Hä? Ich hab erst heute Morgen wieder gespielt. Ach, du bist immer noch nicht fertig? Ne, spiel immer noch. Lol. Lol. Das ist mal. Wenn es so weitergeht, hab ich da alle Achievements. Das ist ein Secret mit der Cracker. Das ist ein Secret. Wie komm ich da hin? Komm, wir vorraten uns zum Ende nicht. Oh. Hohoho. Der hat einen Monster Hunter seine Achievements. Aber nicht hier. Ja, eh, eh, eh. Oh, ich hab's doch schon. Pfff. Ähm. Die erste Zeus. Ich hab Celeste durchgespielt. Ja, stimmt. Stimmt, Celeste. Das sollst du auch spielen. Ja, das tat ich auch irgendwann vor. Also, es ist wie Endless Nile, bloß in gut. Also, so wie Slimes dann. Also, in gut. Für dich. Oh Gott. Nicht resetten, Leute. Nicht resetten. Checkpoints in drar. Was hab ich noch gemacht? Genau, ich hab noch ein Buch gelesen. Hier. Oh, ich hab auch ein paar Bücher gelesen. Hast du Unterhaltungsbücher oder Lernbücher gelesen? Hm. Halb, halb. Ich hab ein Unterhaltungsbuch. Springe in das Drachenfeuer, um zu überleben. Okay, was war dein Unterhaltungsbuch, was du gelesen hast? Ähm, das war so ein Buch, das hieß, Surely you're joking, Mr. Feynman. Und da ging's irgendwie um so, um den Physiker Richard Feynman und was er so gemacht hat in seinem Leben. So echt cool. Hat er gejoked? Ja, der hat gejoked. Manchmal. Manchmal war aber nicht witzig. Der hat auch Trommeln gespielt. Oh. Und Leute geprankt. Nice. Auch Bombenprank, hoffentlich. Ja. Es ist so eine Art Dropper, aber ein bisschen getarnt, damit ich mich nicht aufreg. Äh, ich hab hier Falscher Spiegel und das Spiegellabyrinth gelesen. Es war von Sergei irgendwas. Äh, weil mir dem seine Wächterreihe so gut gefallen hat. Das fand ich auch ganz nett. Das war so ein VR-Ding. So eine VR-Zukunft. War ganz interessant. Auch fand ich nicht so gut wie die Wächterreihe. Aber war nett. Und dann hab ich tatsächlich heute angefangen Frankenstein zu lesen. Echt? Ja. Also das originale Frankenstein? Ja, genau. Das originale Franken... Also... Im... Im modernen Deutsch, glaub ich, umgesch... Ich weiß nicht, ob's original ist. Ach, das war ein Kinofilm? Ja, ich hab's angefangen, weil alle meinten, das ist komplett anders als diese Filme. Und bis jetzt ist nicht sonderlich viel passiert. Irgendwie in... Keine Ahnung. In vier Stunden. Ja, vielleicht... Ist genau da der... Der andere Punkt. Ja. Ist ja in den Filmen... In den Filmen passiert vielleicht viel... War recht anders. War ganz cool bis jetzt. Also, äh... Es erzählt... Es ist quasi so eine Erzählergeschichte. Und es geht um... Um Mensch, der sich wissenschaftlich beschäftigt. Dann passiert irgendwann was, was ihn schockt. Und irgendwie wird aber die ganze Zeit nur erzählt, wie er sich dabei fühlt. Ja. Ja. Okay. Ich bin, glaub ich, im Ziel. Gott. Hast du die Schilder auch gut ignoriert? Ich weiß nicht, wo die Schilder... Das waren zwei Richtungen. Hab ich gewonnen? Ich glaub, ich hab gewonnen. Der Part war der Horror. Ich hab zwei Secrets. Wie viele habt ihr? Zwei. Ich hab auch zwei. Verdammt. Hallo und herzlich willkommen im YouTuber-Museum. Äh... Äh... Diese Schilder... Uh... Wo kommen die denn hin? Wo kommen die... Nein, ich muss es schaffen. Es wird immer weiter. Ah, wuhu... Ah, da sind all diese YouTuber ausgestellt. Würdest du... Dir irgendwann mal eine Haustiere holen? Hat mir die Frage schonmal... Ja, wenn ich ne größere Wohnung irgendwann hab. Zombey, willst du neben drei Hunden und nen Fisch noch mehr Haustiere? Also, würde ich alleine sein ohne Jessie, würde ich mir keine Haustiere holen. Weil ich weiß, dass ich... Äh... Zu faul wäre, um mich richtig um die zu pflegen. Aber... Ansonsten... Hab ich schon. Ja, eben. Zombey hat schon. Äh... Ja, ne Katze würde ich mir dann holen. Kein Hund. Mit dem müsste ich ja jeden Tag rausgehen. Ja eben. Weißt du? Das ist auch so nicht voll. Aber das hast du ja. Ja. Aber nicht freiwillig. Äh... Oh Gott. Ach, das war ein Fahrstuhl. Hast du alle YouTuber angeguckt, Maudado? Sonst Dislike. Warte. Wir gehen doch grad wieder zurück, oder? Da kann ich die doch von oben angucken. Ich wollte nicht... Ich wollte nicht auf ihre Beine starren. Ne, die... Die werden endisch. Wintercracker, wie sieht's bei dir aus mit Haustieren? Äh... Nach deinem Katzentrauma mit der Glocke? Wie... Wir... Wir haben den braunen Sprung hier geschafft. Vielleicht hole ich mir irgendwann ne Katze. Aber... Also, wenn ich mal ne richtig große Wohnung hab vielleicht. Hab ich... Hab ich was gesehen? Wir müssen nämlich wissen, Wintercracker wird immer von seiner Katze getrollt. Ja, aber echt. Die hat so ne blöde Glocke um den Hals und die bimmelt. Die stellt sich immer vor meine Tür und bimmelt dann mit Absicht. Einfach... Einfach springen. Nein, ich hab's jetzt zehnmal probiert. Das ist ein Vierersprung. Das geht nicht. Das ist ein klassischer Vierersprung. Ja. Nein, die sind doch seit Patch 7.3 kaputt. Ich bin nicht mehr. Hä? Die wurden genervt? Ja, Zombies wurden da genervt in dem Patch. Die kann nicht mehr so weit springen. Ein YouTuber persönlich. Wenn persönlich heißt, dass ich ihn richtig getroffen haben muss, dann nicht. Oh, ich bin Gott. Ich hab schon mal Holly getroffen. In echt. Stimmt, Zombies hast du nicht Holly auch mal in echt getroffen? Ja. Und Mr. Mo hab ich schon ganz oft in echt getroffen. Ich hab sogar mal mit dem in der Ferienwohnung gewohnt. Ich hab Mr. Mo auch getroffen. Und mit Holly war ich ja auch in der Ferienwohnung. Wow. Ich kenn niemanden. Hallihallo. Das ist mein erstes Jump'n'Run. Story. Du, in Klammer Zombay, hast bei Maudado übernachtet. Oh. Wir kennen uns persönlich. Du bist jetzt ich? Nee, du bist... Du bist... Der Protagonist der Story. Nein, wer bin ich? Du bist ich. Hey, ich bin nicht du! Ja, heute schon. Okay. Aber als du am nächsten Morgen aufwachst, ist Maudado weg! Er will dir nie weggehen, ohne es dir zu sagen. Aufgabe, schau in den Garten nach. Ob er das schlägt? Ist das nach Maudado? Ja, genau. Dieses Jump'n'Bahn wurde für zum Maudado gebaut. Vielen Dank! Von Endermänder. Oh, Endermänder. Bin ich im Garten? Hallo? Hier ist der Garten. Bin ich? Dieser Kristall? Nee. Ich glaub schon. Du sagst, er ist nicht da. Oh. So. Er... Nee. So. Er ist nicht da. Er hat seine Kristalle verloren. Vielleicht sollte ich bei Wintercracker vorbeischauen. So. Das find ich jetzt aber ziemlich gemein, dass du meine Sätze einfach nur mit so parodierst. Du redest gar nicht. Aber es ist so einfach, einfach so zu sagen. Und dann hat es Tom mir gesagt. Was ist denn das? Warum hab ich einen Beschleunigungsrasen? Ach, Mann! Keine Ahnung. Ich hätt gern eines. Äh, du wüsst ja schon dein komplettes Leben Vegetarier. Nimmst du irgendwelche Tabletten? Nö. Äh, wärst du lieber eine Maus oder ein Hamster? Also eigentlich wär ich gern Mensch. Ja, aber wenn du die Wahl hättest, ich muss sagen, irgendwie eine Maus kommt mir selbstständiger vor. Ich weiß nicht, können Hamster überhaupt was? Die können mehr Sachen in die Backen packen. Stimmt. Können... Wo leben Hamster überhaupt in der Natur? Ich glaub... Er ist so in... In den Käfigen. Die stehen da und dann fügt man die aus der Erde. Da hängt der Henkel so aus dem Boden. Ich glaub, er ist so in wärmeren und trockenen Regionen, oder? Wie so ne Karotte. Was? Wir haben dann einfach nur... Wintercracker! So, ich brauch deine Hilfe! Warum werd ich angeschrien? Ich helf niemanden, der mich anschreit. Schick mir mal ein gutes Meme, Wintercracker. Ich helf niemanden, der mich anschreit. Was ist denn so los? So, Maudado! Er ist weg! Ich krieg trotzdem mal mit dir. Ach ja! Er war erst hier. Alter, nein. Wir guten Dialog kommen. Oh nein! Wir können dort durch das Portal. So kommen wir in die Hölle. In die Höhle. Wo er hin wollte. Danke, am besten kommst du mit. Ab in die Hölle. Da wollte er rein. Er hat gesagt, dass er hier ein Treffen mit jemandem hätte. Komisch für ihn, oder? Ja, stimmt. Das ist echt komisch, Maudado. Trifft sich nie mit Leuten. Ja. Aber... schon etwas. Also, ich wäre lieber eine Maus, weil ich nicht weiß, was Hamster können. Und warum die existieren. Aber da kann man immer so richtig viel Zeug in den Backentaschen lagern. Maudado, das ist schon praktisch. Ich weiß nicht, warum Hamster existieren. Maudado. 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 Ich bin irgendwie so nach vier Jahren oder so, nachdem ich nicht mehr Eislaufen war, mal wieder Eislaufen gegangen und bin dann voll mit den Schneidezähnen aufs Eis geknallt. Das hat wehgetan. Winterquacker. Und da war da kleiner Riss. Ja, Winterquacker, wie lebt es sich damit, bald eine Fingerprothese zu haben? Hm, ultra geil. Wie viele... Das ist höhere. Ich habe nicht mehr Finger, Leute. Was war die Frage überhaupt? Wie viele Motive Manu in seinem Shop hat für T-Shirts. Das weiß natürlich jeder. Du echte Fels. Ich wüsste nur, dass es ultra viel ist. Oh. Vielen Dank fürs Spielen unserer Map. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bewertet gerne und sonst noch einen angenehmen Tag wünschen wir dir. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Danke. So, bewertet. Ich habe die anderen Arten nicht bewertet. Tut mir leid, danke für die ganzen Maps. Wir haben hier einen schönen Glockenturm, da haben hier einen Weihnachtsmann. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei zum Mail vorbei. Der muss jetzt weg. Wünscht ihm viel Glück. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao.